hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality bei mir im funk der albert so ich guck mal dass ich hier den stapelgabler gabelstabler gerettet krieg ich hab ich glaube den kann man danach wegwerfen ich kriege ihn draufgehoben die bretterpaletten sind so mordschwer ich wollte faul sein weiß ich wollte zwei bretterpaletten auf einmal nehmen aber dann bin ich froh wenn man hier mit dem radlader hat oder so es gibt ja einen der das auch jedenfalls schaffen würde aber da kostet man ein bisschen geld ist das einzige was wir nicht haben wenn wir den traktor ja haben möchten wenn es geht bei der versteigerung da hoffe ich dass er nicht so teuer wird ja wieviel uhr haben wir denn noch eine zeit am 9 muss man oben sein 8 30 ich glaube ich mache noch eine palette hier rein dann komme ich vorbei das ist das seiten das ist das seiten ja und der stattdler fährt auch so langsam ja das ist halt nicht so zum eck eine palette geschafft das schon da muss der untergrund auch ein bisschen eben sein ja der ist halt ist allein ich so ein stoppler für den anhänger hinten weißt du so ein mitnahmestoppler naja die sind ein bisschen schwach ein bisschen ein bisschen sehr ein bisschen spannend wer da alles auftaucht bei der polizei ja ich bringe noch eine palette rüber dann komme ich zu dir aber ich weiß gar nicht ob das jetzt dann so geht wie ich mir das denk Mist ey der hat keine Traktion den müssen wir ersetzen das hinterrad hat keinen bogenkontakt ich kann nicht lenken finde ich gut findest du gut ich nicht ne ich sag das wäre nicht gut fängt er an mit stell dir mal vor der hätte noch flügel dran ja dann würde er auch noch fliegen ja für den wald ist das halt nix das ding das ist absolut nix kannst du ja vergessen für so einen größeren radlager holen aber die kosten ja auch um die 200 ungefähr ne ja brauchen wir auch einen traktor oder ein feld wenn wir einen traktor nicht kriegen sollten dann brauchen wir uns halt ein feld dazu ne ja ich denke auch das kann ich vergessen ich lass mal stehen ich hab keinen bock mehr das geht gar nicht da ist schnauze voll ähm ok ähm ich nehme mal gleich die Frontladerschaufel mit vielleicht fahren wir dann gleich mal beim Händler vorbei ich mach den kleinen Streifen hier noch zu Ende und dann stehe ich mir vorne hin ich bin auf dem Weg ich mach den kleinen Streifen hier noch zu Ende und dann stehe ich mir vorne hin das ist irgendwie wieder schleppend jetzt zum Hitzer dann gibt er ganz ne jetzt gehts oder nicht ne jetzt gehts oder nicht komisch ah fast geschafft so spring rein hochschalten hier der traktor deine ist aus doch andere Seite ne ne hier andere Seite links ja großschreiben y großschreiben y mach mal ein großes y geht nicht probier jetzt mal du drückst du drückst die falsche Taste du drückst strg die über strg in y mal noch mal ab geht die lütze ist aber doch schon immerhin weit gekommen mit dem kleid mit den kleinen dinge folge hallo hallo hier ist der richter ich weiß nicht ob sie ihren mitarbeiter mitgeteilt habt ja wir sind auf dem weg also gut ich wollte mal mitarbeiter mitgeteilt hat er hat ja der hat vorbildlich mit freisprecheinrichtung telefoniert so dass ich alles mit der hand dann ist es eigentlich nur für uns persönlich oder sind alle da alle wir sind auf dem weg aber unser traktor will heute nur 40 fangen ja wir können ja auch noch was warten wenn sie es wollen ja sie können ja schon mal anfangen mit den festigkeiten ja auch die grauner wenn wir hören da gibt es was meinst du hast bei mir das hier gekühlt ist das wäre was wenn die da auftauchen ich glaube es aber eher nicht ja ich weiß nicht in welchen schlamassel er da reingeritten wurde oder wie er sich da hat verleiten lassen dass sie ihren krumme geschäfte macht weiß man halt nicht mehr jetzt gibt der taktor mal wieder ein bisschen mehr weiß aber das ruckelt heute weniger nicht stelle ich fest da täuscht das geht so jetzt gerade passt also weißt du was wir nachher machen können wenn sowieso alle zusammen sind kann man ein bisschen gucken ob man die paletten an mann kriegen ob wir da abnehmer finden für lehrpaletten keine eine oder andere hat doch produktion weiß ich nicht ob schon jemand was hatte hat bei der obstlandage die brauchen doch eigentlich immer paletten ist die schon verkauft weiß ich nicht ob ich weiß dass der harry hatte sich die molkerei gekauft ist sie denn eigentlich die obstplantage da fahren und gleich dran vorbei die ist ganz oben bei der polizei außerdem brauchen wieder mist ja glaube ich auch kompost und dünge kompost dünge und klärpaletten auch so eigentlich zwei die lehrpaletten hier die lehrpaletten hier rechts ist es die molkerei so eine kühne ja du von den schafen schafsmilch habe ich einmal probiert nie wieder ja beziehen bezieht bin ich gut da hast du bloß nicht in geschäft kommen es war knapp richtig gesagt mit derzeit muss ein geschäft auf weil sie also da in dauerung zustand angeboten wird und das kriegt da kommen wir noch ziehen mich ganz ganz frische ziegen mögliche das beste was es gibt ich glaube ich habe noch nie geprobiert wir haben und wirklich super soll ich bei Varuna hallo ähm hallo Herr Varuna ich wollte Sie noch mal anrufen wegen dem Kramer ja genau und da habe ich so nach allem was ich gehört habe äh waren die meisten also so wie ich vermutet habe dass sie da doch keine Teleskoplader Schauke dran machen können sehen Sie aber da für ein wäre zu viel gesagt 9000 Euro mehr also 69 statt 60.000 haben den Teleskoplader ja es kommen wir da bestimmten Preisen bis zum Entgegen dann 90.000 das heißt es wird noch mal zusammen mit dem Tiefenlocker bitte äh Tief also Tiefenlocker wollen sie mit dem Manitou als Schaufel oder wollen sie mit Schaufel ich denke schon was den Tiefenlocker als Manitou ne äh Tiefenlocker hätte ich dann als äh Kuhn also Kuhn Tiefenlocker den günstigsten Manitou also günstig nicht billig und eine Teleskoplader Schaufel ja und dann bräuchte ich auch noch eine Teleskoplader Palettengabe Palettengabe äh ja dann lassen wir nicht ein Angebot machen nicht solch in den Preis freibend oder so ist sie mit Mann die Ruhige bitte an okay ich mache es soll ich meistens nicht mit okay ich will rufen sie wieder an sobald ist wieder an dann ja mann sie ist tschüss tschüss äh ich gebe dann auch was in Zahlen mit der einiges dass der immer auflegt ohne na doch das mal hat er wenigstens Schiss gesagt aber der ist immer so schnell weg vom Telefon der Händler da sollen wir ja fast sagen ja ich fahr mal hier lang weil auf der anderen Seite da blitzen sie gerne weißt du wenn du da außen rumfährst beim Komposter da haben sie einen Blitzer aufgebaut da rechts im Gebüsch da steht einer Komposanlage fast das Schild rasiert so jetzt sind wir glaube ich doch eine halbe Stunde zu spät wie immer macht der Zyke trotzdem noch was ab wenn es ein Schluck Wasser ist jo an dieser Stelle würde ich aber die Folge auch beenden vielen Dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat schaut gerne morgen wieder rein was bei der Polizei los ist aber haut rein macht's gut tschüss 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 tschüss